ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde workshop 3 ich bin am und heute spiele ich ein 1 vs 1 habe meine main race human gewählt und mein gegner spielt night elf wir treffen auf der map turtle rock aufeinander ja eine map die ich sehr sehr gerne spiele kenne ich auch ziemlich gut da ich sie auch schon sehr oft gespielt habe ja und jetzt schauen wir mal gegen night elf da ist halt die frage geht er auf archer oder auf huntress die meisten nachtelfen gehen in letzter zeit eher auf archer also werde ich erst mal futti spielen first hero in diesem game mal wieder absolut frei haben möchte wird der argmage werden ja und dann schauen wir mal ob ich auf rifle mortar caster gehe oder später nights griffen der ist kann ich jetzt noch nicht sagen aber eins kann ich euch sagen die premiere wird es sonntag am frühen abend geben ich wollte eigentlich also ich war mal überlegen ob ich es freitag mache aber leute die bundesliga geht wieder los ja das erste spiel der saison wird ja im fernsehen übertragen und das möchte ich mir dann doch gerne ansehen und das würde alles zu eng werden ich möchte ja auch dabei sein wenn ich die premiere hochlade und live mit euch chatten da könnt ihr mir dann auch jede menge fragen stellen alles was euch so auf dem herzen liegt jetzt mal schauen was der gegner so drauf hat letzte game war ja ja ein bisschen easy das werde ich im übrigen auch nicht in die playlist aufnehmen also die eins was eins spiele einsatzbereit da kommt das letzte game nicht mit rein was braucht ihr hierfür unterbrecht ihr mehr und jetzt so sehen dass wir hier schnell krieten das ist ja irgendwo gegenüber auf der map das position wurde ja abgeschafft gibt es also nicht mehr dass er jetzt dabei habe ich eigentlich ein grandios gut und wir alten lack auch noch den mantel der schatten obwohl letztens hat ich ja mal wieder ein game da einsatz wir haben jetzt ziemlich oft den hintern gerettet na gut hat solcher nach war auch hier auf der rock mit dem shadow hunter was ist das die ich dann öfters mal der mantel der schatten genutzt habe da bin ich ja mal gespannt und sollte alle mitkämpfen die nehmen wir lieber schönes item eigentlich gut für jeden helden ich gehe dann mal ja mein lord jetzt noch den schock einsatz bereit ja auch schon ab ja relativ frühen kauer sogar gebaut naja gut gleich und ihr seht ich pumpe doch einiges an ich bin schon bei 30 supply nur meine eine held arbeiter und die ganzen foodies aber ich brauche halt doch einiges um hier den shop schnell freimachen zu können und das ist halt extrem was ist das diesmal das zauberwort ja wohl mein lord da bin ich ja mal gespannt genau ruhig noch ein wortelemente ein bisschen schneller geht ich kann es kaum erwarten noch ein faktor so vertreten läuft manche der schatten verkauft erst mal wieder und level 3 jetzt heißt das alles hoch rein was auch immer und dann gehe ich rüber zum anderen shop so ja jetzt den tor sägewerk ja mein lord na gut weiter am hof und jetzt auf die schmiede ihr seht es alles relativ standardmäßig und läuft eigentlich in fast jedem game ja so ziemlich gleich was ich spiele also ist immer eine sehr ähnliche strategie und so müsst ihr euch auch vorstellen in der art spielen halt auch die meisten gegner von euch jetzt der mountain king in diesem game habe ich halt ziemlich viele foodies gebaut das muss man nicht unbedingt ihr braucht meine hilfe dadurch jetzt halt nicht allzu viel gold übrig da bin ich ja mal gespannt ausbaut abgeschlossen ein geht ich bin für das wirklichkeit die bekommt dann der mountain king ihr braucht meine hilfe was ist das diesmal arbeit ist verbracht was ist mir zurzeit für mich an jetzt reicht noch nicht ganz jetzt reicht's richtig ja mein lord da bin ich ja mal gesetzt im moment habe ich sie auch noch nicht vor so ist es hier in den kampf was braucht ihr es ist mehr holz da bin ich ja mal gespannt morgen ging jetzt mit am start befehle zweitens geben wir gleich diesmal jetzt mal ab zum shop ihr braucht meine hilfe ja abgeschlossen was ist es diesmal gibt mir was zu tun mit einem tank item also mein archmage der wird langsam zur angriffsmaschine und der mountain king wird ein richtig guter tank also genauso wie es auch sein soll kann man wir brauchen meine hilfe die hat er auch noch nicht gemacht was ist es diesmal und jetzt auch die ersten sind schon heftig dann halt mit sieben oder aber dann konnte man halt auch sehr schnell expandieren auch die er sogar auf dieser map hier also möglich ist es um dieses land zu leutern habt ihr ein ziel für mich ihr braucht meine hilfe ja okay den hat er schon haben wir eine hand ist noch haben dass er gesehen war es auch immer und ab auf tier 3 den hat er auch schon braucht meine hilfe es ist mir das ist es diesmal mal den roten griff da bin ich ja mal gespannt in dem gang bin ich jetzt auch von trüben her relativ gut unterwegs ja mein freund was braucht ihr ich bin euer schütze gibt ihr was zu tun was ficht und auch hier ich habe ich ja mal gespannt und packte aus der tech plus 12 kommt auch der art mensch ich setze jetzt voll hier auf art match power das kraft ist meine hilfe von nöten ich muss wieder ordnen und verzügt nachkämpfer habe ich jetzt alle in team 1 caster und rifleman in team 2 das habe ich gerade so ein ganz hässliches déjà vu ich baue jetzt mal ganz schnell zwei workshops von der zeit hatte ich nämlich auch so ein spiel und dann kam der mit einmal keine ahnung zehn chimären um die ecke ne hat der nicht aber das ging dann halt auch in die hose da bin ich ja mal gespannt das gefühl ich komme um dieses land zu laufen das mal schnell hoch rein jetzt macht er unten die schildkröten bei mir was ficht euch an da bin ich ja mal gespannt was ist ich kann hier nicht bauen ich habe es verbracht aber ich gehe auch mal weiter krüten immer noch unter 50 supply da war noch mal ein wiss da bin ich ja mal gespannt ist jemand verletzt nicht aber ich habe es verbracht und als dritten helge spiele ich dann paladin aber ich habe es verbracht generell feuer erforschen was ist es diesmal ich kann es kaum erwarten die lebt ja immer noch meine hilfe von nöten nun macht schon ja komm schneller gehen ich hau mich weg was ist hier kaputt warum habe ich jetzt keinen blademaster boah wär das geil blademaster mit den ganzen klaus ich gehe doch mal nun macht schon geht mir was zu tun gehen wir auch noch drüber ich bin bei ihm plus 35 schaden der agnet ihr braucht meine hilfe auch schon abgeschlossen junge nun macht schon da bin ich ja mal gespannt da ruht schon so ein bisschen rein und das als fernkämpfer verletzt müllischer mitschicken und jetzt nun müssen wir expandieren wird höchste Zeit bin auf 60 zu klein auch meine hilfe da bin ich ja mal gespannt ist jemand verletzt natürlich inneres feuer ist durch Tumpel von Keltalas die 6 beweglichkeit geben wir einfach auch mal den Mountain King nun macht schon ja mein freund ihr braucht meine hilfe das sammeln wir auch noch mit dem Arkmatch ein Intelligenz ist schließlich das Main Attribut vom Arkmatch und bedeutet jetzt also noch mehr Schaden da bin ich ja mal gespannt was ficht euch an was ist na gut ich gehe dann mal nun macht schon gleich im Fastbild und jetzt gehen wir ja und gucken ist meine Hilfe von nöten ist diesmal was auch immer ok da war er schon und ist noch nicht lange her das sieht man da und das ist ganz leicht noch da lagen wo wollt ihr uns haben ja mein Lord und ich versuche auch da unten zu expandieren ist ja relativ weit weg zwar von meiner Base aber auch von seiner Main Base da so ein bisschen Tower jetzt gehen wir aber erstmal hier gucken ach stehen nur noch die Torianz rum also war er gerade da aber eigentlich würde ich ganz gerne schon mal jetzt den ersten Fight nehmen sowas kommt halt auch schon mal ganz auf die Spielversches Gegners und auf eure eigene an bei mir ist es ja gerade mit Human versuche ich auch möglichst viel zu creepen möglichst schnell zu creepen und ja dann expandieren nur Ork der wird das zum Beispiel auf keinen Fall so gegen euch spielen der wird garantiert spätestens auf Tier 2 rüberkommen wenn der dann seinen Second Hero hat und vielleicht Parader dann bin ich ja mal gespannt wartet bis ihr mich in Aktion schickt die so die Notar-Teams machen schon gut schaden jetzt kommt noch mal zwei Handlust das ist ein Mountain Giant dabei schnell die Spellen zack alle Trianz weg ach komm jetzt haben wir nicht mehr durch Schauen wir nicht viele T1 Pala sucht zwei oh und der Pala der kommt glaube ich nicht mehr weg Aknech muss gleich porten ja ein bisschen was mitnehmen Mountain King hat Stufe 4 erreicht war ein guter Fight Paladin leider verloren aber ich wollte jetzt mit das Gottesschild zählen damit hätte ich ihn auf jeden Fall noch retten können aber ich wollte die Aura und ihr habt es gehört die zweite Ex steht auch also jetzt läuft es wieder Gegner hat ja glaube ich noch nicht expandiert es ist mehr Gold er braucht meine Hilfe da ist er ich komme um dieses Land zu läutern schön hinten in die Base ich will ihn nämlich im Moment noch nicht umbeliehen einfach zu viele Pilzprobleme kommt raus erste Knight ist da und jetzt kann er ruhig kommen ich als Human Man freue mich halt ganz besonders über solche Spiele auch wenn es ja selbstverständlich interessanter ist wenn ich zum Beispiel als Ork hier mit dem Blademaster schon ab Minute 5 da oder ab Minute 3 Harrison gehe wie ein großer ich lebe aber das ist halt zu wenig Spielweise jedenfalls so wie ich hier spiele und das halt auch recht erfolgreich und wenn der Gegner dann auch erst etwas massiv spielt ey 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 hab doch gar nichts getrunken ja dann kommt halt sowas bei rum aber dafür gibt es halt schöne Endschlachten hoffe ich jedenfalls bereit zur Arbeit hier hat er immer noch nicht expandiert ich gehe jetzt unten rum und dann werde ich das erst mal angreifen wenn er keinen Bock hat dann machen wir das halt es ist mehr Holz erforderlich es ist mehr Holz erforderlich bereit zur Arbeit es ist mehr Holz erforderlich was ist es diesmal wo wollt ihr uns haben Ausbau abgeschlossen gibt es ein Boot da kommt wieder von den ich muss die Morda und die Priest schnell reinziehen jetzt kommt gebraucht um die Fernsehleiter zu bestellen Level 5 to Arkmatch ich habe keine Angst die Morda und die Fernsehleiter die Morda und die Morda Surrounded ok der Portet Morda haben einen guten Job gemacht aber jetzt musste ich doch raus Abfeld für die Knights da einen kleinen Spitzel sitzen und go ja daher glaube ich vorhin schon freigemacht wo ich mich nicht mit ihm anlegen wollte ja mein Freund ja ich bin doch ziemlich kaputt aber morgen wird es ja wieder kühler ist sogar das Zocken anstrengend bei diesen Temperaturen perfekt Forschung abgeschlossen wo wollt ihr uns haben gut die ist auch ziemlich safe und jetzt kaufe ich meinen Vorteil halt absolut aus bin schon bei 79 Supply jetzt und habe eine Menge Gold frisch noch Holzprobleme aber auf dieser Map gibt es halt keinen Goblin Schredder also kein Goblin Labor wo man sich denn kaufen könnte wow kommt auch von der Seite niemand hat das gleich wieder Gold und der nächste kommt und er geht halt los die Spellen zack wir haben jetzt alle wieder weg Paladin jetzt bin ich doch das Zocken Schild so und seine Armee ist so ziemlich am Ende und ich bin immer noch bei 79 Supply ja das war jetzt wirklich ein Human Gameplay ja wie es sein soll ich denke mal relativ perfekt runtergespielt und ich hoffe das Game hat euch gefallen und wenn ja würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben einen netten Kommentar wenn ihr noch nicht habt ein Abo oder ganz besonders halt auch über eine Kanalmitgliedschaft freuen in diesem Sinne bis zum nächsten Game euer Ram und ich habe jetzt bis zum nächsten Game Vielen Dank.